Also höre das prophetische Wort für den Monat Dezember. I see a month where many that have suffered stagnation and setback in 2022 will begin to hear good news and promotion as we close up the year. I see a month of God manifest present peace, joy and victory that will bring us closer to God than ever before. I hear the Lord says, position yourselves for divine revelation and prophetic dreams that will bring you forward and redirect your destination from wrong to right. Ich höre den Herrn sagen, positioniert euch für göttliche Offenbarung und prophetische Träume, die euch vorwärts bringen und euer Ziel neu ausrichten und korrigieren werden. I see an attack that want to lead people to make wrong decisions. Therefore, let us pray specially for our key leaders this month and season. For their wrong decisions will result in losses of life and more blood shedding on families level, corporation and organizational level as well as on national and international level. I see attacks in shops. shopping centers, departmental stores and marketplaces. So let us pray that every attack in these places will be uprooted this season in Jesus' mighty name. This month our ability to forgive will open wells of joy, will take away sorrow and help us to focus on what is important and to become better version of ourselves. Diesen Monat wird unsere Fähigkeit zu vergeben, Ströme der Freude eröffnen, Kummer beseitigen und uns helfen, uns auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Auch werden wir uns dadurch positiv entwickeln. Bete gegen jede Falle, anhand welcher der Feind das Volk Gottes in falsche Gesellschaft bringen will, denn ich sehe einen Monat, in dem die Versuchung, Falsches zu tun, zunehmen wird. Let us pray against any spirit of destruction and ignorance that want to hinder us from preparing well for 2023. Lass uns gegen jeden Geist der Ablenkung und der Ignoranz beten, der uns darin hindern will, dass wir uns gut auf das Jahr 2023 vorbereiten. Watch out, let us pray against the spirit of negligence in taking care of ourselves, that we resolve in health attacks and even sudden deaths before 2023, more especially among key leaders. Wir wollen gegen den Geist der Vernachlässigung der Selbstfürsorge beten, der noch vor 2023 zu gesundheitlichen Angriffen und gar unerwarteten Todesfällen führen, insbesondere bei Schlüsselpersonen. Lass uns weiter beten, dass kein Mitglied unserer biologischen oder geistlichen Familie diesen Winter sterben wird. Jede Krankheit und jedes Gebrechen, das in dieser Zeit kommt, soll an uns vorbeiziehen, in Jesu mächtigem Namen. Jeder große Angriff, der in dieser Zeit gegen unsere Nation geplant wird, soll nicht gelingen. Und jede Macht von Terrorismus und Unheil soll in Jesu Namen entwurzelt werden. Ich sehe gute Nachricht, ich sehe in dieser Zeit und auch darüber hinaus, wie Gott uns gibt, was wir brauchen für Aufträge, die er uns gegeben hat. Ich sehe Lösungen für schwierige Situationen, die schon sehr lange bestanden haben. Und dann haben wir wieder diesen Teil, wo wir die Jahresprophetie vom Jahr 2022 wiederholen. Jahr 2022 Jahr 2020 Jahr 2017 Vielen Dank.